So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal die Jumbo Color Whistling Pfanne und man muss ja erwähnen die echten, die aus der Funke Premium leiden. Damals die waren ja irgendwie nicht so gut, da ist ein, ist das diese, diese, ja, die haben gut funktioniert. Oh, der zündet ja noch, bäh, ih, ih, was ist mit dem, ah, geht doch, ja, äh, gut, äh, hier, ne, haben wir ganze 7,5, ne, 50 Gramm, 50 Gramm Flash und 25 Gramm Flame, also Vorbrenner. Machen wir die mal auf hier und die sehen richtig Premium aus, deswegen auf Premium Line, also guckt euch das an. Wahnsinnig schön und die machen wir jetzt gleich nach dem Cut. Richtig Premium. Die sind gut, die sind richtig gut. Machen wir gleich mal noch einen von den Premium Teilen, also. Auch dieser Vorbrenner, der Vorbrenner ist richtig, richtig lange. Guckt euch das an. Die sind richtig gut, Leute. Alter. Und jetzt noch einer, einfach weil die viel zu pervers geil sind. Funke, also Leute, Funke ist love, ne. Hallo. Ich mach gerade Videos. Oh, der hat mich abgeholt. Gucken Sie hier. Wow. Wie fanden Sie diesen Artikel? Laut. Gut. Und gut. Und jetzt noch den Rest. Jumbo Kaleo Whistling Thunder. Richtig geile Teile. Auf jeden Fall besser als in Polen. Das könnt ihr mir glauben. Also, ich würde sagen, die aus der Funke Premium Line. Also die jetzt, die sind richtig krank. Alter. Die Jungs, die sind richtig gut. Hammer, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.